Mit dem TUM Anerkode möchte ich einen gemeinsamen Ehrenkodex an der TUM einführen, um das Vertrauen zwischen Fakultät und Studierenden zu stärken. TUM Anerkode ist ein Ehrenkodex, der von allen Mitgliedern angehalten wird. Die Studenten selber wählen ein Ehrenkomitee aus und dieses Komitee entscheidet über die Regeln und Inhalte vom Kodex. Betrug, Diebstahl oder Plagiat sind Verstöße gegen diesen Kodex. TUM Anerkode ist auch eine Botschaft von den Studierenden an die Lehrende, dass sie uns, den Studenten und unserer Arbeit vertrauen können. Mit diesem Vertrauen könnte man eventuell mehr Flexibilität im Online-Unterricht und in den Prüfungen erreichen. Und das kann nur zu Vorteilen und zu besseren Leistungen an der TUM führen. Für mich ist die TU München mehr als ein Ort für Vorlesungen und Prüfungen. Die TU München ist eine Familie von Studierenden, Wissenschaftlern und Dozenten. Wir teilen die gleichen Werte von gegenseitigem Respekt und Vertrauen. Mit dem TUM Anerkode leben wir diese Werte. Ich bin Habib Salami und ich mache meinen Master in Automotive Engineering. Mein Vorschlag ist TUM Anerkode. Was ist Teil des Feierenden? Werte möchte ich sagen.